Und hier ist Lachsnis vom Stütter! Hier kommt das Gespiel Karlichtal. Und sonst noch von uns, die Südwesten von Hamburg, neben dem Freitag Nordkoppik, der Easterpenhof Karlichtal. Ganz ruhig im Ortsland geliebt, mit dem ganz geschütten Hofwein. Der Easterpenhof Karlichtal kann inzwischen auf eine fast 15-jährige Erfahrung in der Zucht von Easterpen zurückblicken. Zu Beginn der Zucht gab es nur andere Hengst, aber dafür natürlich eine ganz besondere, auch das war schon damals Lachsnis vom Stütter. E-Panz gab es einen Abfallstuhl. Und heute sieht das natürlich ganz anders aus. Jedes Jahr werden auch Karlichtalze ganz 20 Fohlen gebogen. Und jedes Mal werden auch dafür ganz interessante Hengste eingesetzt. Die Fohle im Sport, die auch in der Zucht hochbeurteilt sind. Vorweg natürlich immer der eigene Stammhengst Lachsnis vom Störtag. Der größte Teil der Zuchtstuben auf Karlichtal ist hochbeurteilt und aber bereits erfolgreich auf diversen Turnierplätzen. Zudem sind die Stutten alle spatt gewöhnt und exil. Und hier bei der Damen und Herren die Ausstellung nochmal von der Stütter Karlichtal. Das war schon immer die Tag. Die Stütter Karlichtal, hier ist ein Film Nummer 6. Das war schon immer ein Film Nummer 1. Das war schon immer ein Film Nummer 1. Auf Wiedersehen, Radital und Laxes. Dankeschön.